Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Heute werde ich euch zeigen, wie man dieses Lager hier im Hintergrund baut. Das ist ein ganz einfaches Lager, womit man in ganz normalen Minecraft Vanilla oder irgendwelche Mods Items sortieren kann, indem man sie in eine Kiste rein tut und sie dann in bestimmte Kisten eingelagert werden. Und das Ganze habe ich sogar so konstruiert, dass alle Items, die nicht einsortiert werden können, dass die dann eben halt in Extrakiste gemacht werden. Zum Beispiel habe ich hier jetzt Redstone Fackeln, Steintreppe und glatte Stein reinsortiert, wie ihr hier unten seht. Hier habe ich eine Redstone Fackel, wo etwas reinsortiert werden kann und Redstone. Und hier bei der Redstone, genau andersrum, sehr gut, es soll natürlich andersrum sein. Also hier Redstone Fackeln und da Redstone und hier kommt dann eben halt Redstone rein, wenn es eine Reihe ist und hier kommen ehemals schon Redstone Fackeln drin, die ehemals hier oben rausgezogen werden. Gleich müsste jetzt auch noch Redstone Staub rauskommen und hier hinten kommt eben halt alles rein, was nicht einsortiert werden kann. Wie man sieht, funktioniert da alles gut. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man die ganze Technik hier hinterbaut. Das Ganze kann man natürlich in uns endlich hier weiter stacken. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr mehrere Items Slots haben wollt, könnt ihr es natürlich gerne weiterbauen. Ich habe es jetzt mal provisorisch für zwei gemacht und ich werde euch jetzt zeigen, wie man diese ganze Technik macht. Zuerst braucht man ein paar Items und da braucht man Richter. Um das Grundgerüst zu bauen, braucht ihr diese Items und zwar um genau zu sein, für jede Slot, den ihr im Prinzip bauen wollt, braucht ihr zwei Redstone. Mit Redstone Dust braucht ihr einen Redstone Comparator, einen Redstone Verstärker, einen Redstone Fackel, mehrere Trichter, je nachdem kann man ihn jetzt nicht genau sehen, aber mindestens braucht man eben halt mal drei Trichter. Dann braucht ihr jeweils zwei Truhen. Dann, je nachdem welcher Version ihr spielt, könnt ihr entweder immer zwei normale Truhen machen. Seit der 1.14 geht das ja, dass man auch Doppelchests immer nebeneinander platzieren kann. Davor ging es ja nicht. Da musste man immer Redstone-Truhen und normale Truhen abwechselnd machen. So, um genau zu sein, muss man dann immer so machen. Seit der 1.14 geht es ja auch so. Wenn ihr davor spielt, müsst ihr es immer trotzdem so machen. Oder auf Hypixel Skyblock muss man das zum Beispiel auch immer noch mit Redstone-Truhen dazwischen machen. Ähm, ansonsten braucht ihr immer noch irgendeinen Block zu bauen. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach ganz normal einen Stein und irgendein Item, was ihr definitiv nicht einsortieren werdet. Im kreativen Modus kann man Barrier-Blocks nehmen oder, äh, Void, diese Void-Teile. Ähm, ja. Ist egal eigentlich, was ihr da nehmt. Hauptsache, ihr werdet es niemals einlagern. Dann, äh, fangen wir mal an mit der Kiste. Ich empfehle immer mal mindestens, äh, eine, ähm, Doppelkiste im Prinzip zu bauen. Mit noch einer Doppelkiste, äh, Sicherungsplatz. Übrigens, wenn ihr dann hier vernünftig natürlich auch noch dran kommen wollt, braucht ihr eine Steintreppe. Dann könnt ihr mich, äh, das hier abschließen. Aber unten auch noch die Kiste öffnen. Und dann umranne ich das ganz gerne mit Blöcken. So habt ihr immer eine Kiste, wo ihr direkt drauf zu und zugreifen könnt. Und wenn die dann, ähm, voll ist, kann auch hinten noch etwas in die Kiste eingelagert werden. Ansonsten, wenn, wenn ich hier wieder was rausnehme, wird es natürlich von hinten auch durchgelagert. Das könnt ihr natürlich auch, äh, wieder hochsecken. Einfach hier, äh, weiter hochgehen. Ähm, ich denke mal, gerade brauchen wir das jetzt nicht zum Zeigen. Und dann beginnen wir jetzt mit dem Sortiermechanismus. Und zwar müsst ihr darauf achten, dass ihr auf der einen Seite den, äh, Trichter hier baut, der im Prinzip der Items ja einmal durchschleust. Und dann müsst ihr auf der anderen Seite, da wo ihr nichts gebaut habt, ähm, den Sortiermechanismus bauen. Weil ich hier unten eine Ratsun-Fackel habe, die dann den Trichter, der hier oben sein soll, blockiert dürfte hier keinen Trichter bauen, weil der sonst natürlich blockiert werden müsste. Deshalb immer schön versetzt bauen. Dann funktioniert das Ganze nicht. Hier unten müsst ihr einen Ratsun-Verstärker bauen. Hier oben einfach eure zwei Ratsun-Dust, oben Comparator drauf. Und dann müsst ihr sneaken und dann, ja, einfach gegen den Comparator zeigen. Wichtig ist, dass der Comparator normal ist und nicht, ähm, so mit dem Gerechtklick wurde. Genauso unten ist es auch besser, wenn der Verstärker nicht gerechtklickt wurde, dann geht das Ganze einfach etwas schneller. Äh, das war im Prinzip ja schon die ganze Technik fürs Erste. Ähm, da muss man im Prinzip nur eine Endlagerkiste eventuell noch machen. Also ich mach's mal ganz gern, dass Items, die eben halt nicht einsortiert werden können, ähm, einfach in eine weitere Kiste getan werden, damit die eben halt nicht irgendwo in Trichtern rumhängen und euch am Ende, äh, auch noch das System blockieren. Könnt ihr hier einfach drei Kisten übereinander packen. Und dann müsst ihr immer mit Sneaken, ähm, hier in den Trichter gucken. Einfach eine Trichterstraße rüber machen. Äh, ihr könnt das Ganze natürlich auch weiterführen. Das heißt, hier nebenan einfach nochmal eine weitere, ähm, weitere Reihe machen. Geht ja relativ schnell. Brauchen wir halt immer noch ein paar Trichter. Das ist somit das, äh, schwierigste, was dann eben halt als allererstes dafür braucht. Ähm, ansonsten ist das Ganze ziemlich günstig und auch schnell zu bauen. Vor allem, wenn man eben halt, dann, das ist eben super easy, ähm, eben halt immer nur aufpassen, dass einem da kein Fehler unterläuft. Und, äh, dann war's das im Prinzip schon so von der reinen Aufbautechnik. Jetzt noch eine wichtige Sache, damit ihr im Prinzip das gefilterte Item einstellen könnt. Da müsst ihr jetzt hier vier Blöcke unter die vier hintersten mit irgendeinem Item, äh, befüllen, das ihr niemals verwenden werdet, niemals in das Lager reintun werdet. Denn sonst, wenn ihr hier etwas reintut, werden alle anderen rausgezogen. Dann können am Ende nämlich außerhalb eures Sortier-Items auch noch andere Items einfach reingehen und auch mit der Kiste gelagert werden. Deshalb nur vier Items und vorne kommt dann achtmal euer, ähm, zu sortierendes Item rein. Ihr könnt es auch einfach neunzigmal oder mehrmals reintun. Er wird auf achtzehn runtergehen immer. Äh, und wenn, äh, jetzt eben halt hier am Anfang etwas reingeht an Redstone, dann wird es hier eingelagert, direkt durchgeschleust. Und dann habt ihr es hier unten in der Kiste. Das gleiche könnt ihr nochmal auf der Seite machen. Einfach mal als Beispiel, äh, ganz normalen Stone. Ihr könnt auch einfach hier das leer lassen. Und dann wird das nächste Item, was hier reingeht, ganz einfach hier, äh, als Filter-Item reingepackt, bis achtzehn drin sind. Und dann funktioniert das Ganze auch wieder einwandfrei. Ähm, ja, ansonsten könnt ihr natürlich noch hier einfach Rahmen vorhängen. Das Ganze natürlich im Generellen etwas ausschmücken. Den Rahmen, ähm, den einfach mal so. Da könnt ihr natürlich immer euer zu sortierendes Item reintun. Ja, in dem Falle wäre es jetzt schon das. Und hier nebenan, ähm, haben wir ja den Stone. Den könnt ihr hier auch in den Rahmen nochmal packen. Und dann ist im Prinzip das Ganze schon fertig. Dann kann man es noch einmal auskleiden. Gleich hier nebenan nochmal, äh, Treppen rüber. So. Zack. Wichtig ist, dass ihr den Fall schon gedreht habt. Und dann könnt ihr das hier noch, äh, schön am Anfang machen. Ähm, und hier vorne eine Kiste hinpacken. Und wenn ihr wollt, kann ich euch natürlich auch nochmal zeigen, wie ihr vielleicht ein Item-Barstuhl bauen könnt, damit ihr hier im Prinzip unten eine Kiste haben könnt, wie das dann nach oben eingeboostet wird. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch nochmal sehen wollt. Und ich habe auch noch ein erweitertes Lager, ein verbessertes Lager gebaut, das im Prinzip eher schneller, äh, funktioniert. Allerdings wollen wir dafür auch mehrere Sachen. Habe ich hier gebaut mit Öfen, habe ich ein bisschen rumprobiert. Und, äh, das Ganze braucht immer schon ein paar mehr Ressourcen. Das Ganze wirklich vernünftig funktioniert. Und hier habe ich das auch nochmal extra so gemacht, dass es auf engen Raum funktioniert. Weil das wirklich ein super kompaktes Prinzip. Das hier ist im Prinzip die komplett einfache Variante, die man relativ früh auch schon machen kann. Man braucht immer nur für jedes Item ein Plot. Ähm, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne Feedback in die Kommentare rein. Äh, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018